Hey, 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 hi, 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 du, 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 du. Heute habe ich mal wieder ein kleines Labervideo für euch. Heute habe ich ein Unboxing-Video von der Trend Raider Box, von der ich euch schon mal berichtet habe. Und ihr bekommt auch mit meinem Code, den ich euch hier nochmal einblende, 10% Rabatt. Und letztes Mal hat sich der Inhalt schon so gelohnt. Das war richtig cool, was da drin war. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute schon wieder reingelunkert. Und was heißt schon wieder? Letztes Mal habe ich das gar nicht. Aber heute und die Produkte sind wieder sehr gut. Ja, passend zu der Spooky Season, bald ist ja auch schon Halloween, habe ich mal lilanes Licht angemacht. Und also unter anderem. Ich hoffe, das gefällt euch. Mal was anderes. Ein bisschen Abwechslung. Und ja, ihr Lieben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Mir hilft das echt sehr weiter. Und wir starten jetzt auch direkt. Ich habe hier alle Produkte rausgepackt, weil die Box ist so groß. Und wenn ich die da drauf stelle, ist das ein bisschen unhandlich alles. Die Box ist wieder vegan. Also man kann sich zwischen einer normalen Box und einer veganen entscheiden. Und da ich ein bisschen was an mir selbst ja verändern möchte und ein bisschen schwierigsthema, ein bisschen mich besser fühlen möchte, das ist falsch ausgerückt. Aber ich wüsste halt, was an mir verändern. Und ja, das Ding ist, ich wusste ganz lange nicht, dass auch Hunde und Katzen und ganz viele weitere süße Tierchen, Affen, okay, das wusste ich aber, für Tierversuche eingesetzt werden, verwendet werden. Und ich habe einfach keine Lust mehr, das zu unterstützen. Man weiß im Endeffekt nicht, ob es wirklich vegan ist. Laut den ganzen Siegeln ist es ja so, aber man weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, ob die veganen Produkte vegan sind. Und man weiß nicht, ob in Fleischprodukten wirklich Fleisch drin ist. Es ist einfach so. Oder halt nur Abfall. So wie bei den ganzen tierischen Produkten, Katzenfutter und so weiter. Es ist einfach verzwickt, sagen wir es mal so. Wir fangen jetzt aber an und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Denn ich finde, so lernt man auch voll viele neue Sachen kennen. Weil so im, ähm, ja im Supermarkt sieht man halt so Neuheiten nicht wirklich. Und diese Boxen finde ich toll. Auch da liege ich die sehr gerne mit anderen. Ich würde ja auch gerne mal irgendwas, irgendwann was verlosen. Und, ja. Wir fangen einfach mal an mit dem Obersten. Und zwar ist das von Hakel. Feucht mit 99% Wasser. Ohne Mikroplastik. Und, ja. Und zwar ist das feuchtes Toilettenpapier. Ja, ja. Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die auch als Kosmetik-Tücher benutzen kann. Ah, bestimmt. Ansonsten halte für Klopapier. Toilettenpapier, schön ausgedrückt. Schnellwasserlöslich, gemäß Smoshbox-Test und biologisch abbaubar. Für optimales Wegspülen verwenden Sie bitte nur ein oder zwei Tücher gleichzeitig. Vegan, Alkohol und Parfüm frei. Ich merke gerade, dass ich in Redelaune bin. Also, ich wollte euch noch was erzählen. Und zwar... Ich liebe die Nägel. Aber irgendwie bin das nicht ich. Die machen so schöne Geräusche. Aber ich habe jetzt einen neuen Plan. Und zwar... Möchte ich die Mäzi aus mal rauswachsen lassen. Dann mache ich die wieder ab. Und dann werde ich versuchen, meine Nägel alle auf eine Länge zu bringen. Und gucke, dass die nicht abbrechen. Und dann werde ich die halt mit Gel, ja, so wie die machen lassen. Aber halt meine echten, weil jetzt sind die minimal verlängert worden. Das ist wirklich nicht viel. Aber das wird sich immer an, als wäre da irgendwas, was nicht zu mir gehört. Ich kann es nicht beschreiben. So, wir machen mal weiter. Also, ich weiß gar nicht, ob da Preise bei stehen. Ich kann das mal ganz gut nachschauen. 1,79. Weiter geht's mit Sonnenturm. Happiness ist frisch verliebt mit Mango, lila Karotte und Chili. Bio-Kräuter-Früchte-Tee. Das wird nicht ganz so meins sein. Denn ich mag nicht so gerne Chili. Aber ich finde, die Geschmacksrichtung hört sich sehr, sehr gut an. Also mit Mango und Lila Karotte. Habe ich so auch noch nicht gehört. Was ist das? Alles ist gut. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Süßes Brombeerblatt, Hibiskus, Lila, Karotten, Mango, Buchweizen, Kraut, Zitronen, Melisse, Ananas, Bananen, Aronia, Orangenschalen, Zitronenschalen, Süßholz, Chili nur 1%. Besser ist es. Der kostet. Schaut mal, wie viel hier einfach drin ist. Also das ist alles jetzt Text, aber die Box lohnt sich echt meiner Meinung nach. 3,89 Euro. Weiter geht's. Dann ein Produkt, worüber ich mich wirklich sehr toll gefreut habe. Ich kann mir vorstellen, dass auch einige von euch die Firma kennen. Und zwar Lufos Heilerde. Und Heilerde ist einfach das Beste. Da ist kein Ramsch drin. Da ist nur gutes. Nur gute Inhaltsstoffe sind da drin. Ich hatte bisher immer das Pulver. Bin das selber angemischt. Und bin damit auch recht lange ausgekommen. Also, ich glaube sogar mehrere Jahre. Und das ist jetzt aber ein, ähm, eine Paste. Das ist raus. Und Leute, ich kann euch sagen, ich werde damit so lange auskommen. Heilerde von Lufos ist wirklich das Beste. Ich kenne die sehr, sehr gut, wie gesagt. Und damit tut ihr eure Haut auf jeden Fall was Gutes. Gucken wir mal, wie teuer die ist. 9,49 Euro. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Und ihr kommt damit Ewigkeiten aus. Ich hatte dieses Pulver. Das war in so einer Größe, würde ich sagen. Und ich bin damit ewig ausgekommen. Also, ja. Dann machen wir mal weiter. Protein Bums. Oriental Chai Style. Okay. Mit so viel, mit so Proteinzeug habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Aber, ich bin offen für Neues. Ähm, 2,29 Euro. Probier ich jetzt aber nicht. Denn da war nur was anderes, was ich probieren möchte. Hebe ich mir auf. Ich kann mir vorstellen, dass ich das sehr lecker finden werde. Weil Oriental Chai Style hört sich sehr lecker an. Und ich mag eigentlich alles, wenn es ums Essen geht. Boah, ich bin heute wieder unzufrieden Männer. So, und zwar, als nächstes haben wir hier ein Bambusreinigungstuch. Auch perfekt für ASMR-Rollplays. Strahlender Glanz, nur mit Wasser, antibakteriell. Extrem saugfähig. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Denn ich habe ja auch schon meinen eigenen Haushalt zu führen. Das kostet... Da sie aus Bambus hergestellt sind, sind sie aber nicht nur schon für die Umwelt, sondern wirken zudem antibakteriell. Und zum Ende bleibt mehr Zeit zum gemütlichen Relaxen. Uns auf Starlust anschauen. Spannend. Ähm... 5,65 Euro kostet das. Dann haben wir hier von Siriderma Intensiv-Serum Hüa 4, 4. Intensiv-Feuchtigkeit spendend, ohne zu fetten für jede Hautsituation. Mit Sofort-Effekt für glatter wirkende Haut. Sofort-Effekt ist ja immer so eine Sache. Aber wird auf jeden Fall ausgetestet. Nicht von mir. Eventuell von meiner Mutter. Oder ich verlose das. Ich werde mal schauen. Das kostet ganze 33 Euro. 5,95 Euro. Also seht ihr, die Box lohnt sich. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es auch wirklich so gut ist, wie es versprochen wird. Also dieses... Siriderma. Dann machen wir weiter. Und zwar... Von Pucca. Biolatte goldene Kurkuma. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Kurkuma gehört habt, aber das ist auch was ganz, ganz Gutes. Meine Mutter verwendet das im Moment ganz oft. Und das ist eine köstliche Latte-Mischung aus Biolatte-Kurkuma, Kardamom und Safran. Koffeinfrei ohne zu gesetzten Zucker. Einfach Milch hinzufügen. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist sehr, sehr lecker. Ich bin mega gespannt. Das Design finde ich auch voll schön. Und Pucca hört sich fast an wie meine Katze, die heißt nämlich Pucca. Mit Milch würde ich die jetzt nicht trinken. Also ich würde irgendwas so Mandelmilch oder so nehmen oder Hafermilch. Denn ich vertrag nur Marfa-Milch momentan irgendwie nicht mehr so gut. Schauen wir mal, wie teuer das ist. Wow, okay. Teil 7,99 Je nach Geschmack, sowohl mit herkömmlicher Kuchenmilch als auch jede andere Milch, wie etwa Mandel oder Kokos, in deiner Oktoberbox findest du eine der drei Mischungen. Das ist auch so ein Ding. Also, wenn ihr die Box bestellt, dann bekommt nicht jeder das Gleiche. Sondern es gibt dann immer verschiedene. Zum Beispiel bei diesen hier hat einmal jemand goldene Kurkuma, also ich und noch andere. Und die anderen haben dann Schoko, Maka, Zauber und andere haben wieder majestätische Matcha-Tai. Ja, auf jeden Fall. Wenn es davon von dem Produkt mehrere Sorten gibt, dann wechseln sich die Boxen da auch immer ab. Weiter geht's mit diesem Buch. Und das fand ich voll süß. Für dich soll es jeden Tag und für dich regnen. Und da hatte ich schon eine Video-Idee. Das kann ich euch nämlich gerne mal vorlesen. Und zwar steht hier sowas drin wie Hallo Lieblingsmensch, ich glaube, du weißt gar nicht, wie wunderbar du bist. Deshalb soll es für dich jeden Tag und für dich regnen. Das hast du verdient. Und da könnten wir voll das schöne Video ausmachen. Sei einzigartig und nicht artig. Du bist einfach fabelhaft und dein echtes Einzelstück bleibt so, wie du bist. Wunderschön zum Verschenken. Und die Designs, die sind voll schön. Die sehen richtig schön aus. Sehr, sehr süß. Ich habe gerade überlegt, die Lichterkette anders hin zu hängen. Bisschen wir mal beim nächsten Mal gucken. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie wundervoll du bist mit diesem Büchlein. Will ich dir genau das sagen. Ich mag dich so, wie du bist, denn du bist großartig. Und damit das Buch so einzigartig wird wie du, darfst du nach ersten Lust ergänzen, ritzeln, ankreuzen und verzieren. Und das kostet 6 Euro. Okay, weiter geht's. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Produkte. Und zwar einmal dieses Tüchlein hier. Das ist ein Leinentuch für Bad oder Küche oder als dekorativer Tischläufer. Es ist sehr saugfähig und super geeignet als Material für Handtücher, bei denen du sowohl dein Körper, aber auch Geschirrblitz schnell abtrocknen kannst. 17,99 Euro. Das ist auch ein ordentlicher Preis, würde ich sagen. weiter geht's mit einem Sponge mit einem Schwamm, Cognac-Geschwamm von Lady Green. Das ist so ein Herz. Die Verpackung ist auch total süß. Damit dein Tor nicht genauso trist und grau ausschaut, wie das Wetter vor der Tür, braucht es ordentlich Pflege mit dem Cognac-Schwamm von Lady Green. Reinigst du dein Gesicht nicht nur von Schmutzpartikeln und abgestorbenen Hautschüppchen, sondern sorgst außerdem für ein straffes, ebenmäßiges Hautbild. Seine behelnde Struktur verdankt er seiner Beschaffenheit aus 100% Pflanzenfaser. Zudem ist der Schwamm vegan und wird ohne Tierversuche hergestellt. Findet ihr das nicht Wahnsinn, dass es da draußen Hunde gibt, die in einem Labor sitzen und nicht mehr lebendig rauskommen, weil an denen Versuche gemacht werden? Hunde, das sind für mich einfach Freunde und das geht gar nicht, aber was kann man da machen? Nichts. Ich kann nur auf solche Produkte umsteigen, auf solche veganen und selbst da weiß man nicht zu 100%, aber ich vertraue da mal drauf, dass das stimmt. Ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren oder könnten wir auch mal gemeinsam in einem Video austesten. Beispielsweise in einem Spa Roleplay, meine Fortsetzung, die noch kommt. Dann war hier wieder von Biosaurus waren hier die Chips drin, die hatte ich letztes schon mal letzten Schm... Ich kann nicht mehr reden. Letztes Mal schon mal, aber eine andere Geschmacksrichtung. Und die waren richtig lecker und dieses Mal sind die mit Ketchup-Geschmack. Ich freue mich. Klingt sehr, sehr lecker. Ich freue mich schon fast mehr über Essen als über Kosmetik-Sachen. Nee, Quatsch, ich freue mich über alles, was da drin ist. Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Wir werden gleich direkt weggesneakt. Und das letzte, nee, das vorletzte ist diese vegane Schokolade. Und ich muss sagen, hab ich euch den Preis gesagt? Nee, Moment. 1,69 Ich muss sagen, dass letztes Mal schon Schokolade da drin war und die fand ich so geil. Probier die jetzt auch mal. Obwohl die letzte auch dunkel war, genau wie die jetzt. War die so lecker. Ich mag eigentlich keine dunkle Schokolade. mit Füllung geil. Sorry für Schmatzen. Kokosmilch und Vanille. Mega lecker. Keep it raw. Omba Centris Centris Keine Ahnung. Oh, die finde ich richtig lecker. Ich wollte jetzt nicht vor der Kamera essen eigentlich. Oh, egal. 2,69 Euro. Mit dem Gutscheincode Trend20 erhältst du vom 1. 10. bis 18. 12. 20% Rabatt auf deinen Einkauf im Omba Online-Shop. Ihr könnt euch, ich weiß nicht, ob den nur einer benutzen kann. So, das letzte Teil ist nämlich von heißt die Marke auch Glück. Von Glück. Eine Marmelade aus Brombeeren. Ohne Kern und Stückchen. Stückchen finde ich eigentlich immer geil. Aber ohne finde ich auch lecker. Die wird auf jeden Fall vergessen. Und die kostet 2,49 Euro. Damit komme ich aber auch lange raus, muss ich sagen. Also schreibt mir gerne eure Meinung über die Box in die Kommentare. Ich fand, es waren mega geile Sachen dabei. Ich muss es wirklich so sagen. Und ich bin gespannt, wie euch das Licht gefällt. Ich finde das mal richtig cool. Wir können gerne demnächst auch mal anderes ausprobieren. Oder auch mal die Lichtakette verstellen. Weil ich ja tschau 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 tschüss tschau 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 ihr Lieben tschau 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 tschau